Und da geht die Bremse. So soll das sein beim Amurangeln, aber die Bremse muss auch ordentlich hochgedreht werden. Und wenn sie dann noch geht, dann sind's dicke Brocken. Alter, er hat schon wieder Bock. Ist es denn wahr? Ist es denn wahr? 29er Bremse auf der Tagara, 31 Kilo Vorfach und der Junge zieht ab. Vielleicht ist es auch eine Mutti. Kann natürlich auch gut sein. Wer weiß das schon genau? Also, raus mit den Amuren. Wer den letzten Livestream vielleicht verpasst hat, hat genau das hier verpasst. Denn das gab es im letzten Livestream zu sehen. Ich muss mal gucken, vielleicht kriege ich da noch so ein paar Bilder aus dem Livestream irgendwie noch rausgezogen. Denn da rasselte dann endlich, nach geschätzt 24 Jahren des Angelns hier an der alten Festung, endlich rasselte dann da der weiße Amur bei mir rein. Als Trophy. Trophy. Mega geil. Richtig, richtig gut. Endlich abgehakt. Der weiße Amur als Trophy an der alten Festung. Jetzt fehlt nur noch der schwarze Amur als Trophy an der alten Festung. Und dann der Schuppenkarpfen, damit ich dann auch den Ehrenfischer abgeschlossen habe. So, der Drill wird sich dann natürlich auch noch ein bisschen dauern. Schön was trinken nebenbei. Das ist auf jeden Fall kraftzehrend. Und sie hauen ab. Jedes Mal das Gleiche. Also an der Stelle gar nicht so selten, dass sie wirklich hinter die Insel quasi von der Position, wo man steht, hinter die Insel hier hin abhauen. Manchmal links rum, manchmal rechts rum. Und man muss tatsächlich einfach mal im Kreis drum herum laufen. Also um die Insel herum. Und was halt echt mies ist an manchen Stellen, dass man an den Bäumen rauf rennt. Also da wirklich drauf aufpassen, wenn man so seitlich rennt. Auf einmal rennt man so einem Baum irgendwie so halb rauf. Was das für ein Gimmick sein soll, frage ich mich auch. Dass das überhaupt möglich ist. Kann auf jeden Fall katastrophal enden. Von daher immer gucken, falls man sich aus Versehen so ein bisschen nach oben bewegt. Direkt wieder zurück gehen. Ja, der hat natürlich jetzt erstmal Bock. Das wird für noch ein bisschen dauern. Wir sehen unten rechts in der Ecke, die Schnur ist schon halb leer. Aber ganz abspulen, das sollte er mich nicht können. Dafür habe ich noch genug Schnur drauf. Und wir pumpen ihn jetzt so langsam ran. Ei, 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 ei. So soll das aber auch sein. Das ist halt der Riesenvorteil, ne? Wenn du dann doch irgendwann mit einem fetten Karpfen-Set hier stehst, dann hat man eben da nicht mehr ganz so viele Probleme mit. So ein Fisch jetzt, wenn man das überlegt, das Teil jetzt hier. Vielleicht hast du dir schon die Fortuna Carb gegönnt. Und hast dann da drauf noch die HSV als Rolle. Da bist du lange mit beschäftigt, ja. Da bist du lange mit beschäftigt. Mitunter eine Viertelstunde. Also Viertelstunde würde ich sagen, locker mal. Vielleicht sogar eher in Richtung halbe Stunde. Je nachdem, wie fett die drauf sind. Üt 20 Kilo geht es dann halt richtig ab. So, ranpumpen. Wir gehen natürlich gleich detailliert aufs Set ein. Und natürlich auch aufs PVA, was ich reinschmeiße. Die Futter mische. Das Ganze kommt von einem Post aus dem russischsprachigen Facebook sozusagen. Aus dem VK. Und funktioniert wirklich gut zur Zeit. Ich hatte vorher, bevor ich das gesehen hatte, an der Stelle schon probiert. Allerdings mit anderen Ködern. Da lief es, tja, ganz eigenartig so 20 Minuten. Und danach war wirklich schlagartig Ende. So, jetzt muss ich langsam laufen. Wir sind schon bei 20 nach von der Schnur. Jetzt ist er hinter der Insel. Ja, und dann war nach 20 Minuten war auf einmal wirklich wie tot. Also wirklich gar nichts mehr. Und das war schon sehr, sehr eigenartig. Und jetzt hier nochmal getestet. Nochmal rumprobiert. Nochmal aber auch dann mit dem PVA rumhantiert. Und es sieht gut aus. Wie gesagt, weiße Amur Trophy. Alter, jetzt hänge ich schon im Baum. Weiße Amur Trophy ist schon drin mit 33. Wenn jetzt noch der Schwarze reinrasselt. Alter, das wäre mega. Das wäre richtig gut. Alter, schon wieder im Baum. Siehste? Kannst du nicht ausdenken mit den Bäumen, ey. Was das für ein Gimmick sein soll. Wer kommt denn auf die Idee, dass man in einem Angelgame auf Bäume klettern? So. Jetzt wieder langsam ranpumpen. Also rechte Maustaste beim Laufen. Und wieder nachkurbeln. Rechte Maustaste und wieder runter. Wir wollen ja nicht die Spannung verlieren, ne? Das ist immer das A und O hier. Gerade bei so einem Monsterdrill. Immer schön Spannung aufrecht halten. Kurbeln, kurbeln, kurbeln. Ich kurbel hier die ganze Zeit mit Shift. Noch ist er dran. Schön mit Shift einkurbeln. Rechte Maustaste immer. So, und jetzt, wo die Spannung wieder hoch ist, dann kann man wieder ein bisschen weiterlaufen. So, komm ran hier, Alter. Ja, das Ding hatte ich, oder so einen Drill hatte ich gestern zweimal. Genau sowas. Der erste lag so bei Mitte 20 Kilo. Und dann, wie gesagt, der zweite Amor lag bei 33 irgendwas. Schauen wir auf jeden Fall gleich nochmal rein. Ei, ei, ei. Der hat aber auch wieder Bock, ey. Oh ne, ne? Gleich kann ich wieder zurückrennen, wenn er weiter abhaut. Wieder was trinken. Ich brauch ein bisschen mehr Energie. Komm ran hier. Links oben oder rechts oben, diese Bewegung hier soll laut Entwickler, laut Forum irgendwie wohl eine sehr effektive Richtung sein, zu pullen. Und von daher immer mal hoch in die Ecken irgendwie reinziehen. Und wenn er halt zieht, dann eben auch ziehen lassen. Aber ich sehe gerade, es kommt die Energie. Ja, die Energie ging sogar gerade wieder ein bisschen hoch. Direkt nochmal was nachtrinken. Und ziehen lassen. Und ziehen lassen. Wahnsinn. Immer wieder krass, wie die Amore abgehen können. Die bestehen quasi nur aus Muskelmasse. Komplett, komplett, komplett wild die Viecher, ey. So, komm ran hier, Alten. Schön entspannt kurbeln. Jawohl. Jawohl. Ja, wie gesagt, mit leichterer Route, leichterem Setup. Laufen, 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 laufen. An der Altenfestung lernt man laufen. Das ist einfach so. Und wie gesagt, dann immer Spannung. Also rechte Maustaste hochpumpen. Und dann wieder mit der linken, dann loslassen, hinterherlaufen. Also immer dieser Rhythmus. Und immer, wie gesagt, dass die Spannung halt da bleibt. Dann lübt das auch. Ja, zweiter Fisch. Gar nicht so schlecht. Ich hatte gerade einen kleinen, irgendwie, weil mit 4 Kilo, der war schon dran. Und auf der anderen Route jetzt hier, der zog ja gerade schon ab. Und jetzt kommt er langsam ran. Jawohl. Jawohl. Oh, 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 oh. Ja, ruhig bleiben. Alter, im Idealfall ist das direkt ein schwarzer Amor, ne? Das wäre doch der Oberhammer, oder? Das wäre doch der Oberhammer. Einfach innerhalb von 2 Tagen komplett die Challenge absolviert. Nach Jahren, also wirklich nach Jahren. Seit wie vielen Jahren stehe ich hier an der alten Festung? Immer mal wieder speziell auf Amor aus. Speziell mit auf Graskarpfen, mit grasigen Aromen und, 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 und. Natürlich mit Kartoffeln, mit dem Kohlblatt und was nicht alles. Das hieß ja immer lange Zeit immer so, ja, haha, ich schicke mal so ein Level 12 oder so ein Kohlblatt. Höhö, ähm, da geht dann schön die Amor-Trophy drauf. Ja, schicke was, Alter. Es ballert vielleicht Amore drauf. Aber die richtig dicken. Leider erst jetzt hier mit geskilltem Pop-Up-Rick. Skill-Punkte im Pop-Up-Rick. Ei, ei, ei. Gar nicht mal so kleines Setup. Wir gehen, wie gesagt, gleich nochmal im Detail drauf ein. Auch auf die Hakengröße und alles. Boilies, 20er Größe, zweimal 20er. Komm ran hier jetzt. Ja, jetzt kommt das so langsam. Ja. Oh, 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 aber hat immer noch Power. Krass, krass, krass. Alter, wenn das ein schwarzer Amor wäre, ne? Das wäre so der Oberhammer. Alter, einfach noch Power. Einfach noch Power. Komm ran hier. Unnormal, diese Viecher, ey. Abgefahren, ey. Da kommt kein Spiegelkarpfen mit. Da kommt auch kein Schubi mit. Bei weitem nicht. Gestern noch einen fetten Lederkarpfen dran gehabt. Der hatte auch Bock. Aber der hatte auch nicht ganz so lange Bock. War aber auch keine Trophy. So. Krass, ey. Jetzt kommt gleich der Moment der Wahrheit. Alter, ich bin gespannt. Es wäre einfach zu krass. Es wäre einfach zu krass. Alter, der ist richtig dick. Aber er ist weiß. Alter, das ist ne ganz dicke Mutti. Alter. Ho, 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 ho. Das. Oh, ho, ho, ho. Bäh. Alter, Falter. Du kannst es dir nicht ausdenken. Hammer, hammer, hammer hart, Alter. Bäm. Nochmal die Trophy. Nochmal die Trophy hinterher. Alter, ohne Scheiß. Es ist so befreiend. Endlich. Weißer Amur als Trophy abgehakt. An der alten Festung. Es ist einfach anders wild. Absolut krass. Absolut krass. Und das natürlich auch noch in der Happy Hour. Schmeckt natürlich ganz besonders gut. Happy Hour Bonus. Wow, Alter. Dicke, fette XP. Richtig schöner Brocken. Boah. Geiles Ding. Richtig, richtig gut, ey. Ah. Erstmal kurz hier in dem Chat. Ei, 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 ei. Ja, krass. Also, wieder auswerfen. Ich bin hier auf 18 Meter geklippt, weil ich ein bisschen weiter hinten stehe. Wir wollen ja nicht mit den Ruten ins Wasser rein, denn da haben wir ja eine Scheuchwirkung, die wir ja nicht extra irgendwie auslösen wollen. Das heißt, wir bleiben schön ein bisschen weiter hinten. Und dadurch haben wir dann, oder vermeiden wir dann, ja klar, unten Giebel hinterher. So gehört sich das. Dadurch vermeiden wir dann diese Scheuchwirkung, wenn man zum Beispiel mit den Füßen in Wasser rumrennt oder wenn man mit den Rutenständern auch im Wasser rumsteht. Beides will man nicht. Da hatte die Eva im YouTube oder in einem YouTube-Video nochmal das reingeschrieben und meinte allen, schreibt doch mal oder sagt doch nochmal Bescheid, weil ich da tatsächlich in einem Tutorial-Video da so halb drinne stand, gar nicht drauf geachtet hatte. Aber das ist absolut richtig. Also Rutenständer beziehungsweise Füße gehören nicht ins Wasser. Deswegen hier, sonst stand ich immer so mit 17 Meter relativ nah und jetzt habe ich mir gedacht, komm alle 18 Meter einfach ein bisschen ein Stück zurück und dann genau da, wo das Auge jetzt gerade ist, jetzt ist es weg, aber genau hier in diesem Bereich, also zwischen diesem Totholz und dem Grün, genau in diesem Bereich, quasi da, wo der Birkenstamm steht, diese Area hier, das ist quasi Zielgebiet für die Köder und es zuppelt auch schon wieder los. Ja, das Setup ist wie folgt zusammengebaut. Ich bin natürlich hier mit der Fortuna Carp, super Einsteiger, Carpfenroute, aber auch für mit und, ja, ich sag mal Endgame, da kann man sich dann irgendwie was Besseres nochmal leisten. Aber das ist schon Endgame-tauglich auf jeden Fall. 1 Nuller-Haken habe ich hier drauf, 31er Vorfach, 31er Ledcore mit 32 Achter Hauptschnur. Genau, mittlerweile denke ich mal, dass die Rollen vielleicht so ein bisschen auch durch sind. Spule, Getriebe, Kugellager, Bremse, 5%. Ich gucke gleich mal auf die anderen. Wie sieht das denn hier aus? Die waren ja jetzt zuletzt im Gebrauch, aber es geht auch noch. Es geht auch noch. Ja, Bremse, 7%. Okay, ich bin noch ganz zufrieden. Also in beiden Rollen, die jetzt beide hart geschwitzt haben die letzten Tage, ist der Verschleiß gar nicht so groß gewesen. Also auch da jetzt die beiden Amur Trophys haben gar nicht so viel Verschleiß produziert. 13 Kilo. Easy rausgezogen. Sowas schmeckt natürlich. Zack. Und wieder genau dahin. Ja, das passt. Auf 18 Meter. Schön. Zack, der nächste hier. Kann man mal die Bremse ein bisschen runter machen. Nicht, dass da aus Versehen irgendwas reinballert zu doll. Also in Gänze, nicht nur wenn man eine Trophy hat, in Gänze lohnt es sich gerade auch in der Kombination. Man muss natürlich eine gewisse Frequenz hinkriegen, dadurch, dass man genug Amure dann rauszieht. Aber Kohlemäßig ballert das dann natürlich richtig gut rein. Vom Setup her oder von den Kombis, auch hier jetzt wie gesagt 1-0er Haken. Preiselbeer Pop-Up 20 mit Himbeer Pop-Up 20 in Kombination. Und dann Preiselbeer und Kräuter. Ich habe immer überlegt, ob ich nicht noch ein bisschen was Grünlicheres hinkriege, gerade auch für die schwarzen Amure. Vielleicht teste ich das nochmal nachts mit irgendwie einer etwas anderen Kombination. Irgendwie mehr Grünlich-Kräutriger lockt auch immer wieder gerne die Amure. Und dann gehen wir natürlich auch nochmal auf das PVA ein. Amure und zwar hier diesmal ein ganz dickes Fett ist. Allerdings werfe ich auch nur eins raus, denn hier sind ja quasi 10 Futtermischen auf einmal drin. Und dann ein bisschen Pause. Das Ding hält 16 Stunden lang. Ich sag mal so vielleicht 10 Stunden Pause und dann kommt die nächste Mische rein. Dann sind um die 20 Futtermischen sozusagen am Spot. Und dann auf jeden Fall erstmal Pause machen. Das ist sonst wahnsinnig viel. Also 10 bis 20 ist glaube ich noch irgendwie alles im Rahmen. Aber man kommt halt ganz schnell zu dem Punkt, dass quasi der gesamte Spot überfüttert ist. Und das sieht man auch drastisch. Man hat sofort irgendwie diese unmaßigen Amure dran oder halt gar keine mehr. Oder irgendwelche komischen Giebel unmaßig und so. Also es fällt drastisch ab. Und wenn man hier auch wirklich merkt, die Frequenz ist vorbei oder es beißt nicht mehr wirklich was, einfach den Spot wechseln und regenerieren lassen. Es kann auch durchaus sein, dass er einfach mal so nach einer halben Stunde oder was, dass es dann halt vorbei ist. Und dann muss man halt mal wieder zwei Stunden grob warten. Deswegen habe ich hier auch direkt, bin auch direkt in die Vollen heute gegangen. Ich habe diese Aufnahme vor zwei Tagen nämlich schon gemacht. Und da war, ja, da war dann halt nach 20 Minuten Ende. Und dementsprechend war das Video auch irgendwie so ein bisschen, nur halb so gut. Wenn jetzt mit so einer Trophy ist, das schmeckt natürlich dann richtig. Aber da machen wir hier gleich noch die Giebel-Trophy klar, oder? Nicht schlecht. Ja, so sieht das Ganze aus. Also im Großen und Ganzen kann man, glaube ich, nicht weiter viel dazu sagen. Das ist der Spot. Und das sind die fetten Amure. Speziell hier, also an der Stelle, gerne, wie gesagt, auch mal die schwarzen Amure. Hatte vor Wochen und Monaten der Devil ist schon mal gesagt. Ich hatte eine lange Zeit auch immer bis da vorne hingeworfen. Genau hier an diese Kante quasi immer. Das sind auch 17 Meter, 17, 18 Meter. Und genauso kann man dann aber auch hier hinwerfen, in diesen, da war doch das Auge wieder, in diesem Bereich, genau. Genau, also dieser Bereich oder dieser Bereich da hinten. Beides gut möglich für die Amure, Futter mischen rein oder eben PVA, je nachdem, was ihr schon herstellen könnt. Und dann lübt der Lachs. Wenn das Ganze geholfen hat, gerne einen Daumen da lassen fürs Video, den Kanal abonnieren, wenn auch nicht geschehen, das hilft mir wahnsinnig. Vielen Dank dafür. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, Montags, Mittwochs und Freitags, immer um 19 Uhr. Und ich ziehe jetzt hier noch ein paar Brocken raus. Petri. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020